Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alien Isolation. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Wir sind an einem ganz kleinen anderen Punkt, als wir aufgehört haben, weil ich das Spiel ausgemacht habe, ohne richtig zu speichern. Oh Gott, was ist denn da draußen los? Ich muss da raus, ich kann... Irgendwo hier mussten wir rein. Eieieieiei. Boah. Dieser Schmotter, ey. Ich frage mich, ob das... Das sind ja mehr als eins. Oh Mann, Mann, Mann. Ich wusste aber, dass das noch nicht vorbei ist mit dem Alien. Ich meine, es wird nicht das gleiche sein, aber... Genau da, wo ich hin muss. Fuck, ey. Wie sind denn das? Ich muss da raus. Was war das denn? Was war das denn? Hä? Ach Gott, ey. Oh Mann, wo ging das denn? Dank. Oh Gott. Ich frage mich, wie ich da rauskommen soll. Oh Mann, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist überhaupt nicht gut. Da ist es lang gelaufen. Okay. Oh fuck, fuck, fuck. Alter, was geht denn hier ab? Was ist mir hier rein? Na, was du hast, war's? Ah... Oh Mann. ich weiß nicht was hier abgeht das radar kann ich nicht groß benutzen ach da hinten ist so ein facehacker jetzt habe ich es gesehen ah verdammt verdammt ach scheiße jetzt haben wir auch mal den tod gesehen scheiße ich hab ich den flammenwerfer gehabt habe ich doch gehabt warum habe ich denn eben nicht gehabt das muss ich verstehen okay das ganze spiel nochmal das läuft da hinten vorbei ich denke dass ihnen geht nicht den gleichen weg da ist was los da ist da 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 komm schon wo bist du da kann ich sein dass es ein bisschen sauer ist weil ich sein kleines spielzeug kaputt gemacht habe da sag ich wenn es ist da ist es ich merke wie mir das adrenalin durch den körper fließt da 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 spielt natürlich völlig zurück da da Fuck, 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 fuck. Geh einfach weg. Geh doch einfach weg. Nein, da ist es. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Ah, da ist es. Nein, jetzt haben wir eben einen Speicherpunkt. Okay. Ich sehe dich. Ich weiß, dass du da bist. Wieso geht das nicht weg? Ich muss da drüben lang. Ah, fuck. Da ist es. Hä, wo muss ich denn lang? Da. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Geh weg. Verpiss dich. Verpiss dich. Dich kann keiner leiten. Dich kann keiner leiten. Ah, nee. Woher weißt du, dass ich hier bin? Woher weißt du das? Was für eine Scheiße, ey. Komm ich doch nie raus. Was? Was ist denn? Ah, da ist es. Aber wo ich hin muss? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wo ist da drüben hin? Da muss ich lang. Na geil. Ich komme hier keinen Meter vorwärts. Das macht keinen Sinn. Ich komme keinen Meter vorwärts. Geh weg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist viel, regt mich auf. Was ist denn jetzt passiert? Ich steck mich mal lieber woanders. Na. Könnte sein, dass es jetzt ein bisschen schlecht gelaunt ist. Mehr zu sterben kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, super. Jetzt haben wir das mal von oben erlebt. Oh, Mann. Gut, aber wir machen mal eine kurze Pause hier. Ja, Leute. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen muss. Ich muss das mal weiter probieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Let's Play Alien Isolation mit mir, dem Sascha. Dankeschön. Ciao.